Was bisher geschah Guck mal da, das sind aber schöne Pflanzen da Guck mal Was brauche ich denn da? Ich brauche Steck, Steh und Große Steck Fockel, bleib mal stehen, Mensch, guck mal her Warte mal Jetzt werde ich aber langsam ein bisschen paranoid Kommt da jetzt ein Karnickel noch mal oder was? Kann ich denn das jetzt machen, oder? Guck, jetzt geh doch mal ab du Peter Jetzt Warum fehlt 40 Karnickels? So, ich hab eins, zwei, drei Fäh? Fäh Hier Oh ne, man kann doch nur drei nehmen Alter, schmeißt einfach einer weg, der Olbadolver Das ist aber ein ganz schöner Idiot da, wisch? Das kann ich gerade noch mal klar, oder? Ich mach jetzt mal den B, ich mach das jetzt Ah jo Ah, guck mal Und so hab ich, ah jo Und jetzt Ach, guck mal Ah, das ging jetzt aber schnell da Ich hol jetzt noch den Baumstamm da, warte mal Jetzt brauche ich noch hier Steh und noch ein paar Dinger da Noch ein paar Estelcher Komm mal da her Ja Ja, Steh, wo kriege ich denn Steh her? Die Liga war wahrscheinlich überall auf dem Boden verteilt, hab ich Also, ich will, meine Kumpels haben noch recht gehabt Das ist wirklich, das ist ein schönes Spiel, da Das macht Spaß Ich mach die Steh grad mal da rein, eh? Ah, guck mal Kann ich den jetzt schmeißen, oder denn da? Der, 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 der da Aha Hat doch grad was Was war denn das für ein Gereich? Ich hab schon ein bisschen Angst Was sind denn, was für eine Brette da ist? Haben wir dir die Rät zu finden? Pfff Ich will nicht den Steh schmeißen Ich will doch, ich will sie doch Was ist das? Was ist das? Wo ist das hin? Da ist es in der Sonne Achtung Hey, du Das ist doch so ein Rad gewesen Ach, guck mal da Das hat Ich kann dich später Ich kann dich bestimmt essen, irgendwie Und was ist das? Lizard Skin Increases Amor Where? Ah Ich hab's angezogen Hast du's gesehen? Haha, guck mal da Hahaha Mensch ist das schön Ich kann einfach so Zeit tragen Das ist ja fantastisch ist das Ich brauch auch noch Steh Da ist noch einer So Und jetzt noch das Holz kaputt Was ist denn da gelaufen? Ich will noch mehr von der Lizard Ist da noch ein Das ist ein Holzstück da Das ist doch ein Stamm Guck mal Das macht Das ist eines so schönes Das sind Eingeworne Hast du das gesehen? Hey, hey Freunde Was macht ihr das? Hey Hey, hey da Was ist das? Ah Das ist ja blöd Da ist ja noch einer Nein Das ist so Nein Geh weg Du gehst jetzt fort Nein, ich will dich nicht hören Geh weg Du bist grad Ich werde sterben Ich werde sterben Das war Was war denn da los jetzt mit dem Spiel? Ich Hör auf mich zu ziehen Ich will nicht Weh, da zieh ich mich irgendwo her Oh nein Wo bin ich denn jetzt? Nein Leider Oh nein Was ist das? Kann ich schon auf? Da liegt aber Da liegt aber gerade mal viel Zeug rum da Oh nein Oh nein Was ist das da? Ich hab was gefunden Oh nein Was ist das? Was macht doch mal das mal gescheit da hin? Ich bin mir sicher ich finde da irgendwas schönes da drin Ach guck mal Das ist ja richtig Richtig rammondig da Kann ich das gerade noch mal nehmen? Oder das gemalt? Wie kann ich denn das gucken? So jetzt Jetzt Mach doch mal das Licht an die Kart Ich kann das doch gar nicht sehen da Das ist vielleicht das Arschloch da der Kerl Menschenskinners Wieso soll ich denn die Kart rüber erkennen? Da geht es gerade mal noch tiefer nun Ich weiß das nicht Ich weiß das nicht Ich glaub nicht Ich glaub ich geh wieder heim Nee ich geh nun Ich bin der Guschl Mein Freund soll nicht glauben Dass ich irgendwie Angst hab mit so nem Scheiß Mach doch mal das Licht jetzt an die Kart Ah ja Ähm wo bin ich denn? Da wo er hin zeigt oder was? Warte mal Warte mal lass ich mal gucken Warte mal lass ich mal gucken Warte mal was du Warte mal das bläde Licht da Warte mal das bläde Licht da Warte mal jetzt macht das scheiß Licht an du Idiot Ich bin ja da drüber hergekommen Da kann ich mich grad nach oben begeben Und dann Mach doch mal das Licht jetzt an Da oben Da geht es raus Da Lass ich mal grad auf die Kart gucken Das kann gut sein da Dass ich da bin wo der hier zeigt Aber ich kann das auch nicht so gut sagen Ich guck grad noch was da hinten ist Ich glaub da ist Mach doch lass doch mal jetzt das Licht an Mensch Und wieder einmal ist Guschls Zeit abgelaufen Wird er in der nächsten Folge aus der Höhle herauskommen? Wird er die nächste Folge überhaupt überleben? Und findet er endlich ein Pokémon? Er sucht ja schon lange genug Dies und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge Schaut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal